Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Adventure Minecraft It's Better Together Diesmal heute alleine anscheinend, weil er ist alleine nicht gekommen irgendwie Ich hab ihn tausendmal angeschrieben, aber er ist nicht gekommen Ich weiß auch nicht Naja Oh mein Gott, verstehe ich denn da? Naja, okay du kleiner Cheater Okay, er ist doch da, das war nur ein kleiner Witz Das war jetzt nicht gerade sehr aufregend Naja, aber Ich fand's cool Ja So Dann Fangen wir jetzt mal hier an Auf die Druckplatten Ach Ach scheiße, wartet mal kurz Äh, Gott Alles klar Ja, äh, ich bin drüben Ja, äh, ich bin drüben Entschuldigung für die kleine Unterbrechung Ich war gerade A-FK So Ja, er ist drüben Er hat schon geschafft Zehn mal die Dermonten aus dem Ausdruck So, dann schaffe ich das jetzt auch mal So, ich kann es leider nicht schaffen, ich bei mir leckte es zu doll Ich glaube Egal Ich kann es leider nicht machen, weil mir leckte es zu doll ist, tut mir auch sehr leid So, haben wir es geschafft, ich ziehe die Tür offen Die Tür ist offen, komm Wir werden schaffen das jetzt, komm Go Hopp Zieh die Rüstung aus Alle Rüstungen Alle Nein Doch Ich mach gleich Slash Kill, das kann man wie Oh Mann Oder Slash Spann oder Slash Kick oder was auch immer ich noch machen kann Nun komm So Hm Oh Gott Lauf 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 Lauf, mein Sklave Peitsch Auspeitsch Wie auch immer Oh nein, nein Bitte nicht So, kann man schlafen? Nein So Gute Nacht Du Arschgeige, du Mann Mann Ja, das passiert halt so Wenn man an Atmen ärgert, dann Ne Du Arschgeige, du Mann Ich lass schon mal im nächsten Raum Na Es ist Tag Ja Level 9 So, wir sind jetzt Level 9, wie gesagt So, ich zeig euch mein Geheimnis Haha Hab ich entdeckt So Hier ist Geheimnis Stop watching Gut Gut The cake is alive The cake is alive Steht auf dem Schild So, das war das Geheimnis Da war sogar, glaube ich, ein Bett drin, wenn ich richtig geguckt habe So, wir fangen jetzt an Wir müssen Komm Hey, hier hinten hin Hier sind zwei Druckplatten Druckplatten bedeuten immer Man muss drauf gehen So, ich drücke hier drauf Und du Oh mein goodness, it's leaking Hast du von der Nebel geklaut Okay, du gehst rüber, ich guck Mach hier die Druckplatten, ja? Okay Dann spring ich halt Ich Der Meister, der Springer Da go Ja Ähm Ich glaub, das wurde sogar bearbeitet In der Map Ich glaub, das waren vorher immer Vier mal vier Felder Naja, egal So Dann komm Go Hop Ja Also Äh Wie man sieht Es ist nicht gerade das Einfachste Zack, geschafft Zack, geschafft Oh, scheiß Habe ich bleiben Nein, habe ich nicht Oh, scheiß So Wir machen das hier bis zum bitteren Ende Und wir geben nicht unterwegs Scheiß auf Keiner von uns beiden Ja Nicht, weil man nur verzweifelt ist Und einer Stelle 20.000 Milliarden Stunden sitzt Heißt das nicht, dass man gleich aufhören muss Ich will ja niemanden angucken Hey Was ist denn? Ja, die Sanktel dann die ganzen Türen, ne Wo man durch Ey, da muss ich ein Video hochladen, hallo Da muss ich ein Video hochladen, was hast du gesagt? Du hast gesagt, kein Bock mehr Ja, das habe ich danach danach gesagt Am nächsten Tag wollte ich wieder Ja, da war aber schon ein bisschen zu spät, hatte ich die mit schon wieder nicht mehr drauf Oh, scheiß Das wird mir zu blöd Komm, das schaffen wir Zack 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 Und wer darfst du bei deinem Let's Place so? Ja, zu gut Ganz gut Ich habe erst neu angefangen, warum? Naja Kommst du die Türs offen? Ja Ja Das ist dein Geld, dein Kredit, dein Kredit, das ist aus Oh, scheiße Mhm Ciao Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Adventure Minecraft It's Better Together Diesmal heute wieder, diesmal heute alleine anscheinend, weil er ist alleine nicht gekommen irgendwie Ich habe ihn tausendmal angeschrieben, aber er ist nicht gekommen Ich weiß auch nicht Naja Oh mein Gott, was steht denn da? Naja Okay, du kleiner Cheater Okay, er ist doch da, das war nur ein kleiner Witz Das war jetzt nicht gerade sehr aufregend Naja Aber Ich fand's cool Ja So Dann Fangen wir jetzt mal hier an Auf die Druckplatten Ach Ach scheiße, wartet mal kurz Äh, Gott Alles klar Ich bin drüben Ja, ähm Entschuldigung für die keine Unterbrechung, ich war gerade AFK So Ja, er ist schon drüben Er hat schon geschafft, zehnmal die Diamanten aus dem Ausdruck, Cheater So Dann schaff mir das jetzt auch mal Ordentlich So Ich kann es leider nicht schaffen, ich bei mir leckte es zu doll Ich glaube Egal Ich kann es leider nicht machen, weil mir nicht zu doll ist, tut mir auch sehr leid So, haben wir geschafft, ich ziehe die Tür offen Die Tür offen, komm, wir schaffen das jetzt, komm Go, hopp Zieht die Rüstung aus Alle Rüstungen Alle Nein Doch Ich mach gleich Slash Kill Discovery Oder Slash Spann oder Slash Kick oder was auch immer ich noch machen kann Nun komm So Hm Oh Gott Lauf Lauf Lauf, mein Sklave Peitsch Auspeitsch Wie auch immer Oh, nein, nein Bitte nicht So, kann man schlafen? Nein So Gute Nacht Du Arschgeige, du Mann Mann Ja, das passiert halt so Wenn man an Atmen ärgert, dann Ne Du Arschgeige, du Mann Ich lass schon mal im nächsten Raum Na Es ist Tag Ja Level 9 So, wir sind jetzt Level 9, wie gesagt So, ich zeig euch mein Geheimnis Haha Hab ich entdeckt So Hier ist Geheimnis Stop watching Gut The cake is alive The cake is alive Steht auf dem Schild So Das war das Geheimnis Da war sogar, glaube ich, ein Bett drin Wenn ich richtig geguckt habe So, wir fangen jetzt an Wir müssen Komm Ey, hier hinten hin Hier sind zwei Druckplatten Druckplatten bedeuten immer Man muss drauf gehen So Ich drücke hier drauf Und du Takt es an Oh my goodness It's leaking Hast du von der nebenbei geklaut? Okay, du gehst rüber, ich guck, mach hier die Druckplatten, ja Okay Dann spring ich halt Ich, der Meister, der Springer Da go Ja, äh, ich glaube, das wurde sogar bearbeitet damit Ich glaube, das waren vorher immer viermal vierfelder Naja, egal So Dann komm Go, hopp Ja Also, äh Wie man sieht, es ist nicht gerade das Einfachste Zack, geschafft Zack, geschafft Oh, scheiße Hab ich bleiben? Nein, hab ich nicht Ach, scheiße So Wir machen das hier bis zum bitteren Ende Und wir geben nicht unterwegs Ach, scheiße auf Keiner von uns beiden Ja Nicht, weil man nur verzweifelt ist Und an einer Stelle 20.000 Milliarden Stunden sitzt Heißt das nicht, dass man gleich aufhören muss Ich will ja niemanden angucken Hey Was ist denn? Ja, ha Ah, diese Anstelle da mit ganzen Türen, ne Wo man durch Ey, da muss ich ein Video hochladen, hallo Da muss ich ein Video hochladen, wo man das gesagt Du hast gesagt, keinen Bock mehr Ja, das habe ich danach danach gesagt Am nächsten Tag wollte ich wieder Ja, da war aber schon ein bisschen zu spät, hatte ich mit schon wieder nicht mehr drauf Oh, scheiße Das war mir zu blöd Komm, das schaffen wir Zack 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 So So Und, wie läuft es bei deinem Let's Play so? Ja, ganz gut Ja, ganz gut Ich habe erst neu angefangen Darum Naja Kommst du, die Türen offen Ja Ich dachte, dein Creative Mode ist aus Oh, scheiße Mmh-hmm Ciao Das war's Ich bin Vielen Dank.